Wie man weiß und den Fans ist man ja nix. Dieser Song ist immer den Fans gewidmet, ne? Man braucht immer jemanden. Oder seht ihr das nicht so? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Schwimmbad auftreten. Austip! 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 Ausstip! Alem, 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 Alem Tamara, Alem, Alem! AUSSIEN! 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 Also wir sind nicht die Chicken Days. Wir sind Blackburn gut. Die sind Blackburn gut. AUSSIEN! 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 Leute, das soll doch ein schöner Abend werden! AUSSIEN! 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 Willkommen zur leider letzten Nummer des heutigen Jungs. Ihr seid ja schon müde. AUSSIEN! Ja, aber wir. Wir fahren aus Österreich. Ich werde nicht auch mal schlafen. Ist euch das denn völlig egal? AUSSIEN! Ich hätte es mir fast gedacht. Alex, bist du müde? Nein! Ich habe viel weiter machen, ihr Sack! Wir wünschen euch trotzdem... Sweet Dreams! ... ... ... ... ... ... ... Das war's. 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 Das war's.